Diese Baustelle hier, der Salzachsteg Süd, ist eine meiner Lieblingsbaustellen. Heute ist der Brückenschlag erfolgt und die Baustelle ist so, dass wir sowohl im zeitlichen Rahmen sind, dass Gott sei Dank niemandem etwas passiert ist und wir auch im Kostenrahmen sind. Das heißt, mit Ende Juni wird dieser Steg Josef Herr und Eigen verbinden. Da können dann Fußgeher und Radfahrer und vor allem auch die Schulkinder die Salzach sozusagen überqueren.